Hi, wir reden heute endlich mal wieder über Bücher. Ich habe nämlich endlich meinen, ja, Nicht-Lese-Monat, weil ich habe über mehrere Monate gelesen, aber ich habe endlich mal meinen Stapel weit genug abgearbeitet, dass ich euch mal wieder ein Gelesen-Video drehen kann und ich bin darüber ziemlich erleichtert, weil, ich weiß nicht, es gab so ein, zwei Bücher, die sich relativ hingezogen haben und andere habe ich dann wieder verschlungen und, ja, jetzt sieht es so aus, als hätte ich in ein paar Monaten nur vier Bücher gelesen irgendwie. Also, das hier sind die Bücher, um die es heute gehen soll und zwar einmal Gone Girl, dann Insurgent, Vorübergehend Tod von, ähm, also die Romanvorlage zu True Blood und das hier ist mein E-Reader und darin habe ich noch Schattentraum, Hinter der Finsternis von Mona Kasten. Ich würde sagen, wir fangen einfach in der Reihenfolge an, in der ich die Bücher gelesen habe und als erstes habe ich Gone Girl gelesen von Gillian Flynn. Das Buch sieht so aus, ich habe das Gebrauch gekauft, hier vorne hat mein Hund so drauf rumgekratzt und, ähm, dieses Buch hat so, ich glaube, 550 Seiten, wie ich das gerade so einschätzen kann und ich denke, die meisten von euch müssten das kennen, das ist auch verfilmt worden. Da geht es um Nick Dunn und um seine Frau Amy Dunn und das ist ein Psychothriller, würde ich mal sagen und ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht. Ne, hinten drauf stehen nur irgendwelche komischen Kommentare von irgendwelchen Leuten. Auf jeden Fall müsste die Handlung den meisten ja klar sein. Ähm, Amy, also Nicks Frau, wird entführt. Er kommt nach Hause und sie ist plötzlich nicht mehr da und man findet eine große Blutlache und dann geht eben die Ermittlung los, es kommt zu Unstimmigkeiten und das Buch ist so geschrieben, dass es immer abwechselnd ein Kapitel aus Nicks Sicht und eins aus Amys Sicht gibt. Das heißt, erstmal ist man in der Gegenwart, wo Nick eben nach Hause kommt und seine Frau ist plötzlich verschwunden und sich dann in Ermittlungen stellen muss und dann im nächsten Kapitel liest man einen Tagebucheintrag von seiner Frau, zumindest in der ersten Hälfte des Buches. Also, das ist schon mal so ein bisschen verwirrend, weil man ja immer zwischen der Zeit hin und her springt, aber das baut auch irgendwie Spannung auf, obwohl ich sagen muss, dass mich Nicks Geschichte am Anfang natürlich mehr interessiert hat. Und, ähm, ja, natürlich wird der Ehemann verdächtigt, das ist klar und am Anfang beginnt dann auch alles irgendwie darauf hinzuweisen und man wird so selber zum Ermittler irgendwie und fragt sich die ganze Zeit, wer ist der Mörder und Nick versucht dann auch herauszufinden, wer der Mörder ist. Und diese Handlungsstränge laufen eben immer weiter zusammen. Also man erfährt immer mehr über Nicks und Amys Vergangenheit und über ihre Ehe und irgendwann wechselt das eben von den Tagebucheinträgen von Amy zu einer wirklichen Ich-Erzählung von Amy. Ich muss sagen, sobald diese Geschichte umgeschlagen hat, zwischen Amys Tagebucheinträge und dann Amys Erzählungen, ist es für mich extrem spannend geworden. Ich hab ja schon öfter gesagt, dass ich sonst nicht so der Filler-Leser bin, aber durch diese, ja, man will mehr über die beiden erfahren, weil irgendwie da fehlt was. Versteht ihr, was ich meine? Die, ähm, das, was Nick erzählt und das, was Amy erzählt, ist widersprüchlich und man fragt sich die ganze Zeit, wer sagt die Wahrheit. Und das baut so eine krasse Spannung auf, finde ich. Und deswegen immer die ganze Zeit weiterlesen und weiterlesen. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr das. Ich hab den Film übrigens nicht gesehen. Und es sind wirklich einfach nur extrem viele Plot-Twists. Also dieses Buch tritt einem so oft in den Arsch, wenn man es einfach nicht erwartet. Und das war wirklich krass. Und auf jeden Fall abschließend gesagt, das ist ein extrem, extrem spannender Filler, in dem man sich am Anfang erstmal ein bisschen reinarbeiten muss. Ich muss sagen, die ersten 150 Seiten oder so sind noch so ein bisschen, hm, aber dann kriegt die Geschichte richtig Fahrt und man erfährt immer mehr. Also es ist wirklich der Hammer. Und, ähm, die Wendungen sind auch wirklich unerwartet. Also für Leute, die Thriller mögen, kann ich dieses Buch absolut uneingeschränkt empfehlen. Das hat sogar mich überzeugt und ich, das ist normalerweise nicht mein Genre. Aber ich muss sagen, ich bin diesem Buch wirklich verfallen. Und, ähm, ja. Ich find's super. Gerade so in seinem Genre ist es, glaub ich, richtig gut. Und ich überlege von der Autorin, ähm, noch mehr zu lesen, wenn das auch dieses hohe Niveau aufrechterhält. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, war In Certain von Veronica Roth. Zumindest denke ich mal, dass sie so ausgesprochen wird. Das war auch letztes Mal schon ein Thema. Das ist der zweite Band der Divergent-Reihe. Und die Verfilmung kommt jetzt auch bald ins Kino. Ich glaub, im nächsten Monat. Jetzt irgendwie Ende März oder so. Und natürlich, ich, es ist ein zweiter Band, deswegen möchte ich euch über die Geschichte gar nicht zu viel verraten. Es ist klar, dass die Geschichte aus dem ersten Band natürlich fortgesetzt wird. Und wer den ersten nicht gelesen hat, der weiß natürlich nicht, wie es ausgeht. Deswegen werde ich jetzt nicht sonderlich viel über die Geschichte von Triss, die hier natürlich weitergeht, erzählen, sondern euch eher so ein bisschen sagen, wie ich dieses Buch insgesamt fand. Jeder, der meinen vorherigen Lesemonat gesehen hat, oder ich glaube meinen ersten, ähm, ich kann euch die beiden vorherigen auch nochmal in der Infobox verlinken, der weiß, dass ich vom ersten Buch echt überzeugt war. Also das ging richtig voran. Ich hab dieses Buch verschlungen. Es war super cool. Und, ähm, ja, das hier, ihr wisst es vielleicht, bei solchen Dystopien ist der zweite Band meistens nur so ein Bindeglied. Also im ersten wird meistens das Szenario irgendwie eingeleitet und man wird so in diese neue dystopische Welt eingeführt und, ähm, die Problematik wird halt vorgestellt und am Ende vom ersten ist dann meistens, passiert meistens irgendwas Schockierendes und der zweite führt die Geschichte so weiter, dass man dann später im dritten Teil auf ein richtig großes Szenario hinarbeiten kann. Das bedeutet, in zweiten Teilen passiert meistens nicht so unglaublich viel Spannendes, aber, ähm, ich muss wirklich sagen, dass mir dieser Teil in seiner Funktion als zweiter Teil wirklich gut gefallen hat. Also er war, wie zu erwarten, war ein bisschen schwächer als der erste, weil, ja, im ersten ist halt alles noch so neu und spannend und, aber, ich muss schon sagen, der, er hat mir schon gut gefallen, weil er es irgendwie geschafft hat, die Spannung aufhör zu erhalten. Also, es wurde sozusagen ein Rietzel aufgeworfen und ich wusste wirklich nicht, wie sie das lösen möchte. Und der Band hat es wirklich geschafft, bis zum Ende diese Spannung aufhör zu erhalten. Also, ich muss wirklich sagen, dass ich hiervon nicht enttäuscht bin. Wenn ihr den ersten Teil gelesen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall weiterlesen. Ich finde, es gibt keinen Grund, diesen Teil nicht auch noch zu lesen. Er war wirklich gut. Und was ich auch noch sehr gut an diesen Büchern insgesamt finde, ist, dass es da nicht so eine komische, schnulzige Liebesgeschichte gibt. Das habe ich ja schon in meinem vorherigen gelesenen Video gesagt. Das ist wirklich eine relativ realistische Liebesgeschichte, wo sie sich nicht die ganze Zeit in die Arme fallen und sondern es gibt halt eben Probleme und es ist nicht alles so einfach und es gibt Geheimnisse und es gibt Dinge, die eben zwischen den beiden stehen. Und ich finde es wirklich angenehm, dass man mal nicht so etwas Überladenes hat. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr positiv an diesem Buch. Und natürlich, am Ende wird es nochmal richtig krass spannend, damit der dritte jetzt den richtigen Knall einfachen kann und ich freue mich unglaublich, den dritten zu lesen. Ich habe schon gehört, dass der richtig krass sein soll und ich habe ein bisschen Angst, aber naja. Das dritte Buch, was ich gelesen habe, war, wie gesagt, auf meinem Kindle. Ich versuche ihn jetzt mal anzumachen. Geh an, mein Freund. Und das war von Mona Kasten. Oh, der Akku ist fast leer. Okay. So, ich habe es endlich gefunden. Also das hier ist das Cover davon. Eigentlich sieht das ein bisschen anders aus, aber das ist hier auf dem Kindle eben in Schwarz-Weiß. Wie ich eben schon gesagt habe, Mona Kasten, Schattentraum hinter der Finsternis. Es geht um Emma, wenn ich mir den Namen jetzt nicht falsch eingeprägt habe. Irgendwie ist mein Gedächtnis nicht so gut. Und sie erlebt eben etwas ziemlich Schreckliches und hat danach sehr viele Albträume und deswegen eben auch Schattentraum. Und irgendwann beginnen ihre Albträume sich zu verändern und immer merkwürdiger zu werden. Und sie lernt Gabriel kennen, der in Monas Worten ein totaler Bad Boy ist. Und es stimmt auch. Und irgendwie ist er einmal am Anfang so ein bisschen unsympathisch und dann baut sich das eben so auf. Und es ist schon eine Liebesgeschichte, sage ich mal, in diesem Roman. Aber ich finde, es steht nicht zu sehr im Vordergrund. Ich finde nämlich, dass mehr so die, ja, Emmas Geschichte irgendwie aufgearbeitet wird in diesem Buch. Und die finde ich wirklich total herzergreifend erzählt. Es ist, wie gesagt, so, ja, so ein bisschen Teenie-Genre, sage ich mal. Also sie wechselt eben in England die Schule, kommt dann da auf eine neue Schule, lernt neue Freunde kennen, erfährt neue Dinge. Und, ja, Gabriel ist nicht auf ihrer Schule. Gabriel studiert, ist auf dem College oder so. Es ist ein bisschen fantastisch angehaucht. Und, ja, Gabriel hat eben ein, ich sag mal, ein dunkles Geheimnis, das ich jetzt natürlich nicht lüften möchte. Denn dazu muss man natürlich das Buch lesen. Und ich muss sagen, dass mir das Buch wirklich gut gefallen hat. Normalerweise lese ich lieber so ein bisschen schwerere Sachen und nicht so, ähm, ich weiß nicht, ich nenne mir das so Light Read. Also das war so ein Buch, das einen richtig angenehmen Schreibstil hatte, das man schnell runterlesen konnte. Ich glaube, ich habe es in zwei Tagen durchgelesen. Und das hat einen auch so richtig gut irgendwie so bei der Stange gehalten, sage ich mal. Also es wurde überhaupt nicht langweilig. Und die Charaktere waren super sympathisch. Man konnte total mit Emma mitfühlen. Und auch Gabriel hat immer mehr so Tiefe bekommen. Und auch Emmas Freundinnen waren irgendwie total süß. Deswegen fand ich das Buch wirklich positiv. Ich wollte es eben unbedingt lesen, weil Mona das geschrieben hat vom Kanal Peach Galore. Den Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr auch mal gucken. Sie erzählt so ein bisschen gerade darüber, wie sie den zweiten Teil schreibt. Und insgesamt fand ich es wirklich gut, dass die Spannung bis zum Ende aufrechterhalten wurde. Es kommt wirklich nochmal so eine richtige Wendung, die ich nicht erwartet hatte, was mich wirklich total überrascht hat. Und die Liebesgeschichte ist zwar an manchen Stellen schon romantisch, aber ich finde, ich bin jetzt nicht so der krasse Romantiker und ich fand es nicht übertrieben oder so. Ich fand es einfach nur schön zu lesen und hat mich wirklich überzeugt. Die Charaktere sind wirklich sympathisch. Und alles in allem fand ich, das war einfach ein richtig toller Debüt-Roman. Ja, was soll ich dazu sagen? Es hat mich total mitgerissen. Ich freue mich wirklich sehr, dass irgendwann, hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres oder übernächsten Jahres, wuh, mir ist gerade fast das Buch untergefallen, dass da der zweite Teil rauskommt. Ich bin richtig gespannt. Ich kann euch das Buch empfehlen. So, und jetzt habe ich mich, glaube ich, tausendmal wiederholt. Aber, naja. Das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ist von Shalane Harris, Vorübergehend Tod. Das ist, wie gesagt, der erste Band der True Blood-Reihe. Ich hatte das ja auch schon mal in meinem Stapel ungelesener Bücher-Video gezeigt. Das kann ich euch mal unten verlinken. Das ist sozusagen das erste Buch vom Stapel, was ich abgearbeitet habe. Das habe ich mir, wie gesagt, von einer Freundin ausgeliehen. Es geht hier um Suki Stackhouse. Sie ist Kellnerin in Amerika, in Louisiana. Ja, sie hat eben eine Behinderung, wie sie selbst sagt. Sie kann nämlich die Gedanken von den Menschen hören. Und sie versucht sich immer dagegen abzuschirmen, aber die Leute denken einfach, sie ist total merkwürdig. Und sie lebt bei ihrer Oma zu Hause, hat noch einen Bruder. Und das ist eine Welt, in der vor nicht allzu langer Zeit Vampire sich sozusagen geoutet haben und gesagt haben, ja, hallo, wir sind hier. Aber das wird so propagiert, dass die Vampire nur an einem Virus leiden. Und Suki ist diesem, ähm, diesem Übernatürlichen total zugetan und würde super gerne mal einen Vampir kennenlernen. Und als dann endlich ein Vampir in ihr Lokal kommt und ich will, ja, nimmt die Geschichte sozusagen ihren Lauf und es passieren wirklich merkwürdige Sachen. Das wird hier so ein bisschen gehandelt als Twilight für Erwachsene, sage ich mal. Ich muss sagen, dass ich mit relativ niedrigen Erwartungen an dieses Buch rangegangen bin, weil ich eben schon mal in ein True Blood reingeguckt hatte, die Serie, und irgendwie hat es mir am Anfang nicht so gefallen. Und deswegen war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch. Aber ich muss sagen, dass mich das Buch wirklich überrascht hat. Übrigens hat das Buch ungefähr, ja, 300 Seiten. Aber jetzt guckt euch mal bitte an, wie klein das geschrieben ist. Ich hoffe, man erkennt da das Moment. Das ist einfach unglaublich klein geschrieben. Ich muss euch jetzt mal... Hier, zum Beispiel Insurgents ist ziemlich groß geschrieben. Ich will mir das jetzt mal vergleichen. Ist das nicht krass? Also ich glaube, bei Vorübergehend Tod ist auf einer Seite ungefähr doppelt so viel draus. Das war echt krass. Dadurch hat sich so ein bisschen gefühlt total... also so gefühlt hingezogen, sage ich mal. Also wie gesagt, das Buch hat mich wirklich überrascht. Ich finde Suchi eigentlich ziemlich sympathisch. In der Serie fand ich sie am Anfang überhaupt nicht sympathisch. Ich weiß nicht, ob das an der Schauspielerin liegt oder so. Aber man merkt schon, dass dieses Buch darauf ausgelegt ist, eine längere Serie zu werden. Also keine Trilogie, sondern wirklich länger. Denn die Spannung geht so ein bisschen auf und ab und auf und ab. An der einen Stelle wird sie aufgebaut und dann innerhalb von 20 Seiten löst sich irgendwie alles wieder auf. Und das ist... Ich weiß nicht so genau. Also es hat bei mir nicht so geschafft, so eine stetige Spannung aufrecht zu erhalten, die sich immer weiter steigert. Sondern es ging mehr so auf, 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 auf. Und deswegen hatte ich zwischendurch irgendwie keine Lust weiterzulesen. Aber insgesamt fand ich es schon ganz gut. Also ich würde sagen, es ist so... Es ist eigentlich ein solides Buch. Ich finde halt vor allen Dingen im Gegensatz zu dem, was ich von der Serie gesehen habe, natürlich auch was stimmt. Abschließend kann ich sagen, wenn ihr wirklich auf Vampire steht und wenn es euch darum geht, dass immer wieder was über die... über so eine übernatürliche Welt mit Vampiren und anderen Wesen lesen wollt, dann könnt ihr hier ruhig mal reinlesen. Es ist wirklich kein schlechtes Buch. Ich fand es echt ganz gut. Aber ich habe mich nochmal in Bezug auf die Serie umentschieden. Habe nochmal reingeguckt und finde sie jetzt eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, ich werde mir einfach die Serie holen und die gucken und mich dann ein bisschen auf andere Bücher konzentrieren. Ich habe ja noch ein kleines Doppel, ne? Dann war's das. Ich überlege mir gerade, ob ich mal so ein Video machen soll, nicht mit Büchern, sondern mit Hörbüchern, weil ich höre ja auch relativ viele Hörbücher eigentlich. Und ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ob mal so ein Gehört oder so. Gehört hört sich irgendwie blöd an. Ich weiß auch nicht. Ja, so wie so eine Art Lesemonat oder halt gelesen Video nur mit Hörbüchern. Schreibt mir, wie ihr das findet. Und ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren eure Buchempfehlungen da lassen und ob ihr diese Bücher, die ich jetzt vorgestellt habe, auch kennt und gut findet und generell, wie ihr das so findet. Weil meine Meinung ist natürlich nicht das Nonplusultra und wir können uns ja ein bisschen austauschen über Bücher. Ich liebe es immer, über Bücher zu schreiben. Dann würde ich mal sagen, dieses Video war jetzt lang genug. Und ich sag mal, auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.